Alles klar Leute herzlich willkommen zurück hier bei Need for Speed World Ja, wir zocken jetzt gerade das erste mal Rundkurs Ja, wollen wir mal gucken wie das hier so abgeht Es geht darum halt immer im Kreis zu fahren, zwei Runden Die Strecke ist um die zwölf Kilometer lang Ja, mit dabei ist auf jeden Fall Dome Hallo Alter, hier ist gerade überfüllst der Verkehr Und ja Oh, oh mein Gott, hast du das gesehen, was mich genau in die Hättest du mich nicht gerammt? Hättest du mich nicht gerammt? Nein Oh mein Gott, war das schlecht Hättest du mich nicht gerammt, wäre ich direkt dagegen gefahren Dafür bin ich dagegen gefahren, ey Ja, wunderbar So So Nio nio Alter, die Verkehrs wollen mich nerven, ey So, mach, sehe ich ja gar nicht mehr Ja, weil die Verkehrsscheiß ganz vor mir ist Oh, das ist aber traurig Nee Aber hier ist gerade kein Verkehr her Doch, da hinten Oh ne Ja, der sieht mich aber nicht, obwohl ich einen Verkehrsmagnet habe Juck den einfach nicht Oh, jetzt gehts gerade aus und jetzt kommen hier gerade drei Autos Gerade jetzt ist es ausgegangen Oh shit, was mach ich da denn Oh, die Strecken sind gut lang, merk ich gerade Nein, ich bin da gegen gefahren Ich bin auch zur Flüter Boah, hier ist übel zu viel Verkehr, schade, dass er vergesst, wo er geht, echt nur für den ersten Platz geht Zwei Minuten vier, komm, dann schaff ich unter zwei Minuten Boah, so, nee Nee Wirklich? Boah, egal, noch ist nichts passiert Aber hier war gerade gut Verkehr eigentlich Ich glaube, drei, vier Autos oder so Schon wieder die Abgriffe verpasst, ey Nee Nee, nee, nee Ach, ja Woah Woah Verkehr ohne Ende Heilige Sich hier wieder zu fassen, ey Ist echt so ne Grundste für sich Für sich Für sich Für sich Bam Zack Bam Bam Ja, bam Nee Schon wieder verpasst Ey, die will ich jetzt nehmen hier Tchum Oh Yeah Oh Yeah Immer roll ich darüber, ey Immer 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 So Yo, sogar 1,48, nee 49 Ey, schaffst du das ein Ziel? Mit eng Ja 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 Ich Ja Ich Ja Ja ohne 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 letzte sekunde uuuuuh Belohnung 10.000 Oh ich hab 100.000 Ist das hier eigentlich eine Folge? Ne ich wurde nicht eingeladen mehr Hä? Ja Oh ich hab ne Belohnung. Oh ich krieg 10x Nitro Geil Für was? Spiele 10 Multiplayer Sprint und Rundkursrennen Geil 10x Nitro Ja und ich hatte das Und ich brauch 50 Wollen sehen was es da gibt Steht das da nicht bei? Hm? Das steht doch eigentlich dabei oder nicht? Ja aber ich muss erstmal gucken grad eben Crew Racer 7x10 private Was fiege ich da? Katapulte Katapult brauche ich nicht Turquoise Gewinne 10 Multi Turquoise Wir müssen mal wieder spielen Ich muss noch 3 gewinnen Ja ok dann teleportier ich irgendwo hin Dann teleportier ich mich ja Ja warte Ich schalte 3.000 Cups in Teamflucht aus Ich schalte 3.000 Cups in Teamflucht aus Jawohl Ich brauch nur noch 1.500 Und dann krieg ich Teamflucht Skillpack Setzenslose Ok Da wird schon 1.100 Boah das letzte mal hab ich gespielt am 08.07.2014 08.07.2014 Ja gut Ja gut Ich muss gucken sehen Ich wollte gerade sehen mit dem ähm Interluster Wir sind schon wissen Sooo Da oben ist noch ein Diaremann Wie komm ich denn Ah da war der Mann da komm ich bestimmt hin wenn ich hier da ist Staatsfeind muss ich auch noch machen Ja gut Wollen wir gleich noch einen Track Race machen oder? Da warte Boah ich brauch 8 8 Sprint Ich brauch noch 8 Rennen Müsst ja vielfach heute noch machen Sprint? Ja dann krieg ich 100.000 Gell das Ja gut Zeitag verdienen insgesamt 240.000 Ich hab 2.500.000 Und ich hab 2.268.967 Und dann krieg ich 2.268.967 Himmelsblaues Neon Ja das hab ich auch schon Ja das hab ich auch schon Hauptsache bei den Durchnähen Nadellöcher umfahre 1500 Straßensperren in Teamflucht besteht an 9% der Spieler haben diesen Erfolg Das Das sind echt viele Leute die das hier spielen Alter komm wir Wir spielen noch Sprint Jo Ja jetzt teleportier dich dahin Machen wir Multiplayer Ja Moment Ich bin bei dir Nein nicht dieses Hä nein Du sollst nicht zu mir Du solltest dich irgendwo hin teleportieren Boah sag das doch Ich hab's doch zu dir Hab ich gesagt Ich hab gesagt ich teleportier mich dann zu dir Weil ich mache Diamanten sammeln Ich mach dir Mundensammeln Dicker Trepppunkt Wenn du andere Leute in der Welt treffen möchtest Achte auf Trepppunkt wieder Gut dass du lesen kannst Ja komm Warte Warte Jo warte Zu Freund teleportieren Eins Zwei Warte warte ich bin noch nicht da Äh jetzt her Los Ich hab's schon gemacht Ja ich auch Jetzt Reverse Track 06 Spend Tag 13 Tag 13 Ich bin noch bei Tag 13 Dann mach ich Kopfgeldjagd Jo Jo Jawoll Wir haben's drauf Leute wir haben's Auf geht bald drauf Wir sind die Besten von Best oder auch nicht WTF Bestimmt machen wir mal irgendwann auch mal Livestream Auf jeden Fall Infos natürlich auch auf unserer Facebook Seite Mal schön liken Dann verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts Genau Und abonnieren Da vergisst ihr auf jeden Fall gar nichts Also noch mehr hat nichts So mein Handy macht irgendwas Übrigens Faxen aber egal Ja meine Freundin hat ja geschrieben Ist mir scheißegal Ich spiel wie alleine 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 Weil ich das doof ist Ich hab kein Verkehrsmagnet mehr Oh das ist aber schade Aber ich Lass dich gleich mal erst dann Und dann packen Magneten Oh Hast du gesehen wie ich da hochgeflogen bin Alter Nein Magneten Oh Mann Oh Hauptsache man kann alles umfahren Aus der Busseinstelle Doch Busseinstelle kann man auch umfahren Nein Ich hab's ja versucht Ich konnte nicht überfahren Äh überfahren Doch warte Doch hab ich gerade Es geht Denn start da vielleicht irgendwas hinter So eine Mülltonne oder so Oder irgendein Pfeiler Pfosten Ja Nein Da stand wirklich nichts dahinter Doch ich hab auch grad eine umfahren Es geht Ja Tja ich bin schon wieder erster Will ich mal sagen Nee Kollege Erster erster Ich has Ich hasse es mit dem Spiel zu spielen Du bist immer und immer besser als ich Weißt du du musst einmal trainieren Vorlang ich werde gezockt So ist das So ist das So ist das Das war aber nicht genau so ein Äh Busseinstelle Der war so anders Nicht so eins Hm Tja was soll ich dazu sagen Das Betrug was du da machst Extra soll ich da hängestellt Wo Oh Ich dachte das geht gerade aus Weiter So golle Warte ich bin mit 84% erst Haha Wie siehts aus 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 Du schaffst es schon noch ins Ziel oder Ne 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 18 Sekunden Ich dreh durch 18 Sekunden 18 Sekunden Warte 5.000 Geld Ich hab eine neue Freundschaftsanfrage von Elias Weißt du mit der haben wir vorhin zusammen gezockt Oder war das gestern Ach ja 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 das war gestern Ach ja Hä Hä Scheiße jetzt bin ich rausgegangen Na Scheiße Du bist voll Vollhonk ey Oh ich teleportier mich grad zu dir Hä Wo ist du? Hier Ok warte Eins Drei 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 Alles klar Leute Und das nächste Rennen Und die da drauf folgenden Werden wir dann Beim nächsten Mal sehen Und bis dahin Die Leute Vergesst nicht Abonnieren Favorisieren Und sowas Ihr wisst wie es läuft Wenn es euch gefallen hat Und Dann haut mal raus Ciao